Moin Freunde, so wie ihr ja wisst, ziehen die, sie wie die Kinder, der Hund und ich ja jetzt nächste Woche schon um innerhalb von Ratzeburgs. Und jeder Umzug hat immer ein Manko, nämlich der Telefon- und Internetanschluss. Das heißt, wir werden ab morgen erstmal nur mit den Handys online sein können. Das bedeutet auch, dadurch, dass wir dann erst nächste Woche umziehen, dass bis zur nächsten Woche, also bis zu dem Umzug, den wir dann durchhaben, kein Video von mir online kommt. Weil das schaffe ich nicht, diese Gigabyte Datengrößen hochzuladen und das mit dem Handy und so. Das geht einfach nicht. Das heißt, ich werde jetzt dann erstmal heute, kommt ja noch die Ansage, die ich gestern angekündigt habe, die kommt dann heute online. Und das ist dann erstmal das letzte Video von mir, bis wir nächste Woche unseren Umzug durchhaben. Ja, wir werden sicherlich zwischendurch immer mal mit dem Handy online sein. Wir gucken uns auch die Kommentare und alles an, aber videomäßig werden wir dann natürlich erstmal bis nächste Woche nicht ganz so häufig zu sehen sein. Also macht euch keine Sorgen, wenn jetzt irgendwie mal eine Woche nichts passiert. Das liegt einfach daran, dass ich heute Abend unseren internetfähigen Router schon zur neuen Wohnung fahre. Ich denke mal, das mache ich, weil ja heute Abend das neue Video kommt. Und ich denke mal, so gegen 22 Uhr fahre ich in die neue Wohnung, dann muss ich das da anschließen. Und dann muss ich morgen da zwischen 8 und 20 Uhr, muss ich da sitzen und gucken und warten, ob da ein Techniker kommt. Ich werde mich sicherlich zwischendurch von da aus mal mit dem Handy melden, wie das dann so blutdrucktechnisch aussieht und ob der Techniker überhaupt kommt. Aber das warten wir dann mal ab. Wir harren der Dinge, die da morgen kommen mögen. Also, denkt dran, bis nächste Woche irgendwann, bis der Umzug durch ist, sind wir dann erstmal nicht videomäßig großartig anzutreffen. Habt bitte Verständnis dafür und ab dem Tag des Umzuges geht es dann wie gewohnt wieder weiter. Alles klar, haut rein, euer Sibi.